Wenn ich ihm jetzt eine gute Combo gebe, dann kann ich ihn vielleicht holen. Hallo Leute, willkommen zu einer neue Runde CoolSki auf dem SkyTown. Heute habe ich eine kleine Challenge am Start. Und zwar die Only Holzachs Challenge. Und zwar, ich habe es mir aber noch ein bisschen schwieriger gemacht. Und das heißt, dass ich nur eine Holzachs benutzen darf. Und das heißt, ich jetzt treiben muss. Und zwar Leute, muss ich da natürlich auch Lack haben in den Kisten. Genauso wie jetzt. Kann ich zum Beispiel keine Holzachs mehr bekommen? Oder doch? Kann ich jetzt schon? LOL. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber jedenfalls haben wir jetzt eine Rot und eine Holzachs. Das heißt, mehr können wir nicht haben. Das ist AFK oder so. Ich habe es mir ein bisschen schwieriger gemacht. Das heißt, ich habe nur eine Holzachs und auch keine Rüstung. Und Leute, lasst den CoolSki da, wenn ihr mehr Challenges sehen wollt. Ich kann natürlich auch mal eine No Armor Challenge oder irgendwas machen. Das Problem bei der Challenge ist halt, dass man halt einfach keine Chance hat, wenn man keinen Bogen hat. Das heißt, ich muss mir da ein paar Gegner suchen, die vielleicht einen Bogen haben. Den könnte ich denke ich mal holen. So, den Typen könnten wir glaube ich holen. So, na, wir bekommen halt den Bogen für uns. Das ist nice. Dann lebt da noch wer. Aber unser Holzachs ist fast kaputt. Aber wer hat da noch eine neue? Das ist gut. Ich muss ein bisschen langsamer klicken. Sonst wird mir meine Holzachs. Dann muss ich nicht kaputt. Das ist nicht so geil. So, dann haben wir auch bekommen. Dann haben wir schon drei Kills. Das ist zum Beispiel schon eine Sache. Ein, es kann ich einfach mehr Bow Swam oder bis halt... Two Shot. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oh, ich bin irgendwie gekommen. Aber jetzt schießt der auf mich. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Sowas ist natürlich ekelhaft, wenn dann so ein Bow Swam bekommt. Aber... Ich habe es irgendwie geschafft zu überleben. Ich gehe jetzt mal auf den da. Der ist auch ein bisschen low, glaube ich. Dann haben wir... Müssen wir ein bisschen ausweichen. So, es ist Death Mansion und die große Arena auch noch. Das ist dumm. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich die Bow Swam. Und... So, jetzt kann ich ihm vielleicht... Wenn ich ihm jetzt eine gute Combo gebe, dann kann ich ihn vielleicht holen. Oh shit, er hat ein halbes Herz. Ich habe den auf ein halbes Herz gebracht, irgendwie. Dann würde ich sagen, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.